Mein eigenes Arbeitsleben wäre ohne digitale Tools so gut wie existent. Unvorstellbar, ich kann es mir nicht mehr vorstellen, ohne digitale Unterstützung auszukommen. Wir haben eine gemeinsame digitale Datenbank, wo wir Wissen teilen. Das ist ganz wichtig, weil wir das überall abrufbar brauchen. Medienmix lockert so eine Erwachsenenbildungsveranstaltung sehr auf. Die Kommunikationstools, finde ich, haben sich wesentlich weiterentwickelt und vereinfachen es doch. Wenn ich jetzt einfach weiter die Distanzen zu überwinden habe, dann finde ich das sehr praktisch. Ich organisiere mich über digitale Tools, aber auch für andere. Es ist einfach wichtig, nicht immer alles selbst recherchieren zu müssen. Einfach eine sehr, sehr gute professionelle Grundinformation ist, wo man auch üben kann, wo man sich vertiefen kann. Nach einer Einladung sollen sie da ganz unbedarftigen, die Dinge einfach heranzuwagen. Eine Digitalität werden wir in Zukunft nicht mehr arbeiten können. Wofür ich auch wirklich stehe, ist, dass wir da einfache, praktische Tools ausgesucht haben, die wir ihnen näher kommen wollen. Und dass wir das auf eine einfache, angenehme Art tun wollen und werden. Unseren eB-MOOC werden wir mit Webinaren begleiten, sodass die Teilnehmenden auch einen persönlichen Austausch haben können. Wer bei diesem MOOC mitmacht, verfügt nachher über nützliche und didaktisch sinnvolle Tools, die alltagstauglich sind. Ich freue mich, dass das möglich wird. Auch für alle zugänglich. Finde ich gut. Achtung. Achtung. schon ist. Achtung. Shu und Wirkau, P Loser Fahrt. Gewiss. Joo. Wegen